Ich glaube, das nehmen die Leute uns natürlich übel, dass wir gesagt haben, bevor wir bereit sind, auf Bundesebene für soziale Verbesserungen einzutreten, also Mindestlohn, bessere Löhne, Anpassung der Renten, Ost, West und so weiter und so fort, verlangen wir von unseren Koalitionspartnern, dass die NATO aufgelöst wird, um es mal platt zu sagen. Das ist ein Fehler von uns gewesen. Also Sie waren zu weit weg von den Alltagsproblemen, was Sie am Anfang sagten. Ich bin sehr fest überzeugt, dass das unser Fehler gewesen ist und das werden wir diskutieren müssen bei uns, das werden wir korrigieren müssen. Wir müssen die Alltagsprobleme der Menschen wieder in den Blick nehmen bei uns und das an erste Stelle setzen und danach auch unser programmatisches Handeln ausrichten.